Willkommen bei Davicon CFO Insights, der Podcast rund um die Frage, wie ich mein Unternehmen finanziell erfolgreich steuern kann. Mit Themen rund um Finance und Controlling, Unternehmensentwicklung, Entscheidungsfindung, Performance-Steigerung und vieles, vieles mehr. Von und mit Daniel Winkler. So, und jetzt mache ich sie doch noch, die Sonderfolge zur hundertsten Podcast-Folge der Davicon CFO Insights. Herzliche Grüße gehen raus an Johannes, Michael und Jörg, die mich explizit gefragt haben, ob ich nicht doch mal meine Erfahrungen mit einem Podcast teilen kann. Und ja, deswegen diese etwas ungewöhnliche und gar nicht ins Thema passende Folge und deswegen auch nur als Bonus-Folge. Also wenn ihr da vielleicht selber mit dem Gedanken spielt, einen Podcast zu initiieren oder mal wissen wollt, was bringt das eigentlich, dann hört euch die Folge an, ansonsten überspringt sie einfach. Ja, 100 Folgen, wie kam es eigentlich dazu, dass ich mich entschlossen habe, einen Podcast zu machen und die Geschichte ist relativ leicht erzählt. Ich habe selber während der Corona-Pandemie relativ viel Podcast konsumiert und dadurch eine Menge gelernt und habe gedacht, naja, eigentlich wäre es ja gar keine so schlechte Idee, diese ganzen Fragen, die immer an mich herangetragen werden und die Dinge, die mich selber interessieren, mal in einem Podcast aufzunehmen. Und die Idee war, dass dieser Podcast total wissenszentriert sein soll. Und ich glaube, das ist mir auch ein Stück weit gelungen. Also wenn ihr jetzt diese 100 Folgen euch anguckt, ich glaube, ihr könnt immer noch die erste, zweite, dritte, vierte, fünfzehnte Folge und so weiter hören. Und die Themen, die da drin behandelt werden, die sind so zeitlos, dass ihr immer noch eine Menge lernen könnt. Das gilt für KI-Themen natürlich nur so bedingt. Das sind jetzt die Themen, die so neu auf den Tisch gekommen sind. Aber ansonsten würde ich sagen, hat das schon ganz gut funktioniert. Ja, was braucht man, um einen Podcast aufzunehmen? Und mit welchem Equipment arbeite ich? Also wer sich dafür interessiert, selber mal einen Podcast aufzunehmen. Ich bin mittlerweile beim dritten Mikro. Ich bin mal gestartet mit so einem Blue Yeti für 120 Euro. Dann dachte ich, naja, vielleicht gibt es da noch was Besseres. Dann hatte ich da noch das Rode NT-USB. Das hat dann 160 Euro gekostet. Und weil ich da immer noch so Hintergrundgeräusche drauf hatte und auch so ein bisschen perfektionistisch veranlagt bin, habe ich dann irgendwann in den sauren Apfel gebissen und mir auch das Shure SM7B geholt. Das ist, glaube ich, so das Mikro für Podcastaufnahmen. Da ist man allerdings dann auch bei 390 Euro dabei. Und ihr könnt das nicht einfach per USB anschließen, sondern ihr braucht auch noch einen Vorverstärker. Da könnte man aber rein theoretisch auch zwei Mikros anschließen, wenn man dann vor Ort Podcast machen wollen würde. Der kostet dann nochmal irgendwie so zwischen 120 und 160 Euro. Das ist mal euer Grundequipment. Aufnehmen könnt ihr solche Einzelfolgen relativ simpel. Dafür nutze ich ein Freeware-Programm, das heißt Audacity. Und wenn ich Interviews aufnehme, dann mache ich das mit Riverside, vorher auch mal mit Zencaster. Die hat allerdings die Preisstruktur so geändert, dass ich dann wieder zu Riverside zurück bin. Vorteil bei diesem Programm ist, die nehmen zwei Tonspuren auf. Und das macht natürlich die Nachbearbeitung viel, viel einfacher. Gerade was so Störgeräusche angeht, wenn zum Beispiel der eine gerade spricht und bei dem anderen klingelt das Telefon. Und das kriegt man super gut rausbearbeitet. Apropos Rausbearbeitung oder Nachbearbeitung. Ja, das mache ich noch selber, obwohl das eigentlich totaler Irrsinn ist. Aber das ist für mich oft nach Feierabend so eine Art Entspannung, dass ich dann wirklich um sieben, halb, acht dann noch sitze und dann mir die Podcast-Folge, die ich aufgenommen habe, nochmal anhöre und dann entsprechend schneide. Wo nehme ich auf? Ja, leider hat sich herausgestellt, dass mein eigenes Beruf viel zu viel Hall hat und deswegen zur Begeisterung meiner Frau werfe ich sie immer aus ihrem Arbeitszimmer. Und deswegen auch immer erst zu späterer Stunde oder ab 15.30 Uhr die Möglichkeit, überhaupt einen Podcast aufzunehmen. Vielleicht ändert sich das nochmal eines Tages, aber so ist im Moment der Status und ich glaube, bislang hat sich das zumindest von der Soundqualität auch bewährt. Weil, das kann ich euch auch sagen, wenn ihr sehr viel Hall im Raum habt, das kriegt ihr auch nicht mehr gut rausbearbeitet. Bleibt noch die Frage, wer hat eigentlich das Intro gesprochen oder wo kommt die Musik her? Das ist eine ganz witzige Geschichte, weil wir sind ja mittlerweile in einer globalisierten Welt und da habe ich über Fiverr, das ist eine Plattform, wo man auf der ganzen Welt Freiberufler findet, die zum Beispiel dann auch solche Musik machen. Und in meinem Fall war es ein argentinischer Musiker, der dann mit einer Idee, die ich hatte, ins Tonstudio gegangen ist oder die Musik aufgenommen hat. Und auf der gleichen Plattform habe ich auch noch einen Werbesprecher gefunden, von dem mir die Stimme ganz gut gefiel. Das habe ich ihm vorgesprochen, geschickt, er hat gesagt vielen Dank und hatte mir dann das Intro zurückgeschickt, was ich dann wiederum in Audacity zusammengebaut habe. Ihr seht, das braucht heute gar nicht mehr viel, da solltet ihr euch keinen großen Kopf machen. Es muss nicht immer super teuer sein, um auch hochprofessionelle Dinge da zu bekommen. So, kommen wir zu der Frage aller Fragen, was bringt eigentlich ein Podcast? Und ihr wisst ja, ich bin ein großer Anhänger von Return on Invest, aber das lässt sich an dieser Stelle gar nicht so richtig gut messen. Also ich sage mal, mein Haupttreiber an der Stelle ist in der Tat Spaß. Ich habe Spaß daran, selber, wenn ich in den Gesprächen bin, mit den Podcast-Gästen noch eine Menge zu lernen, meine eigenen Gedanken zu bestimmten Themen weiter zu vertiefen, vielleicht auch mal Kontra zu kriegen und sagen, okay, da ist ein anderer Ansatzpunkt und das, was ich mir dabei gedacht habe, das ist vielleicht nicht ganz so richtig oder das kann man auch nochmal anders sehen. Also das bringt eine Menge. Es bringt auch eine Menge im Netzwerkausbau, weil wenn man Leute mal eine oder anderthalb Stunden im Podcast hatte, dann hat man natürlich eine ganz andere Verbindung und man spricht natürlich auch immer davor und danach noch ein bisschen. Also das, was ihr dann immer hört, diese 30, 40 Minuten, das sind de facto eigentlich immer schon mal eine eingeplante eine Stunde und das kann auch gerne mal dann noch eine halbe Stunde länger gehen, nachdem wir dann auf den Aufnahme-Beenden-Button gedrückt haben. Und wann hat man schon mal irgendwie 90 Minuten Zeit, um sich dann auch auszutauschen? Und manchmal entstehen da neue Ideen, manchmal entsteht daraus auch Geschäft, weil dann die Leute verstehen, was ich mache. Manchmal habe ich Anknüpfungspunkte, wo ich jemanden vernetzen kann, weil ich denke, Mensch, das, was du machst, das könnte für den oder den ganz interessant sein. Also das ist auch eine ganz tolle Möglichkeit fürs Netzwerken. Ja, Wissenstransfer hatte ich schon mal gesagt. Das ist auch ganz wichtig. Es gibt aber noch einen anderen Punkt und den würde ich mal bezeichnen als Effizienz, weil dadurch, dass es so wissensbasierte Folgen sind, kann ich Leute, die sich bei mir für bestimmte Themen interessieren, zum Beispiel Mitarbeiterbeteiligung, mittlerweile, ich weiß nicht, 8, 9, 10 Folgen zu dem Thema empfehlen, sodass sie selber sich schon mal vorbereiten können in dem Thema. Und wenn sie dann in einen Videocall kommen, dann schon vorbereitet sind, das Rüstzeug haben und ich nicht mehr von A bis Z erst erklären muss, sondern wir da aufsetzen können, das spart beiden Seiten Zeit und damit sind wir natürlich um einiges effizienter. So, Reichweite und Feedback. Das ist, glaube ich, der große Pain-Point bei fast jedem Podcast außer den großen. Also ich kann sagen, dass es schon mittlerweile über 800 Follower sind, die irgendwie dem Podcast folgen. Aber wenn ich dann gucke, wer mal eine Bewertung hinterlässt oder auch einen Kommentar, ja, das kann ich an zwei Händen beziehungsweise einer Hand abzählen. Und das ist ein bisschen schade, weil man kriegt schon Feedback, wenn ich mit den Leuten dann in dem Videocall spreche, wenn sie denn dann kommen. Ich kriege aber nicht direkt Feedback auf eine Folge, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen, da hast du aber Quatsch erzählt, der Aspekt fehlte, das hat mir gut gefallen. Grundsätzlich sage ich mal, dass die Leute, die kommen, geben recht gutes Feedback. Ich bin immer erstaunt, aus welchen Ecken dann plötzlich Menschen auf mich aufmerksam werden. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass man zu anderen Podcasts eingeladen wird oder dass man mal eine Veranstaltung moderieren darf oder dass man mal irgendwo auch eine Keynote spricht. Von daher kann ich sagen, das sind so die Dinge, die messbar sind, aber ganz viel bewegt sich halt unter der Oberfläche. Und da darf man jetzt nicht erwarten, dass man da mit so einem Spaten-Podcast irgendwie durch die Decke geht. Aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Wenn ihr das jetzt hier hört, dann überlegt doch gerne mal, für wen könnten die Themen in dem Davicon CFO Inside Podcast auch interessant sein und empfehlt ihn gerne mal weiter. Und lasst auch gerne mal eine gute Bewertung da oder einen Kommentar, dann weiß ich, dass das, was ich hier mache, auch wirklich sinnhaftig ist. Und ich nicht nur zwei bis drei Stunden, die man dann schon pro Folge irgendwie dann mit Nachbearbeitung, Vorbereitung und so weiter verbringt, auch wirklich sinnvoll investiert sind. Dafür im Voraus schon mal vielen Dank. So, zum Ende vielleicht mal ein bisschen Pleiten, Pech und Pannen und die Schwierigkeiten, die es gibt. Ich habe es gerade schon mal gesagt, also pro Folge hat man schon so um die drei Stunden, die das Ganze kostet mit Vorbereitung und Nachbereitung. Das ist nicht immer ganz einfach, weil man hat ja auch noch einen normalen Job und das ist eigentlich alles, was in der Freizeit entsteht. Ich habe euch eben schon mal gesagt, das sind dann so die Zeiten ab halb acht, wo man dann nochmal nachbearbeitet, vielleicht zwischendurch auch mal was vorbereitet. Aber das ist schon nicht ganz so einfach. Haben die regelmäßigen Hörer schon gemerkt, die sieben Tage pro Folge, die habe ich relativ lange durchgehalten. Aber dann kam der Punkt, wo ich diesen einen Faktor nicht mehr hatte, nämlich Spaß und gesagt habe, naja, da muss ich jetzt was ändern. Und bei mir sah die Änderung so aus, dass es jetzt den Podcast in Anführungsstrichen nur noch 14-tägig gibt. War aber dann am Ende ganz erstaunt, dass das gar nicht dazu geführt hat, dass weniger Leute hören, sondern vielleicht sogar noch einen Tacken mehr. Und von daher bringt mir das ein bisschen Ruhe rein. Und das wäre auch mein Tipp an euch, die jetzt darüber nachdenken, einen Podcast zu machen. Seid ehrlich zu euch selbst, wie viel schafft ihr wirklich? Und wenn es ein Unternehmenspodcast ist, fragt euch mal, ob es nicht Mitstreiter gibt, sodass man sich da abwechseln kann. Weil ich glaube, Themen gibt es genug. Das Medium ist super cool. Denn ihr dürft ja nicht vergessen, Podcast ist ein Medium, was ich einfach nebenbei konsumieren kann. Das heißt beim Joggen, beim Autofahren, beim Putzen. Also ihr könnt dort diese verlorene, vermeintlich verlorene Zeit einfach mit Kopfhörern auf dem Kopf nutzen, um dort noch schlauer zu werden. Und ich glaube, das ist richtig cool. Und von daher meine Empfehlung. Ja, Pleiten, Pech und Pannen gab es natürlich auch. Mal hatte ich den Strom nicht eingesteckt bei meinem Notebook. Da war das Bild in der Mitte des Interviews weg. Dann hatte ich mal eine komplett verrauschte Tonspur und musste alles nachvertonen. Dann kamen natürlich Kinder und Hunde mal rein. Dann gab es natürlich Versprecher am laufenden Band, die man irgendwann nach und nach auch lernt zu korrigieren. Oft genug saß ich auch da und die Gäste kamen nicht. Das ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich, wenn man im Vorfeld noch gesprochen hat, dann so eine kurzfristige Absage kommt, weil man sich die Zeit geblockt hat. Ja, aber ich glaube, so ist das Leben. Und das sollte euch auch nicht abschrecken, wenn ihr jetzt sagt, ich habe Lust, selber mal einen Podcast zu initiieren. Und das ist eigentlich das, was ich euch auch ermuntern wollte. Habt keine Angst davor, auch mal in so einem Mikro zu sprechen, eure eigene Stimme zu hören und zu denken, ihr habt nichts zu sagen. Ich glaube, viele von euch haben so eine Expertise, dass es sich lohnt. Es müssen ja nicht gleich 100 Folgen werden. Aber wenn ihr über euer Spezialthema 10 Folgen aufnehmt und das das Wissen dann transportiert, dann ist auch vielen geholfen. Vielleicht kurz einen Überblick. Die Themen, die bei mir am besten laufen, das sind natürlich die Themen zu M&A, das sind die Themen zu KI und die Themen zur Mitarbeiterbeteiligung. Und die beste Folge, das will ich auch nicht verschweigen, war die zur Vermögensverwaltenden GmbH. Auch das scheint ein Thema zu sein, was euch sehr interessiert. Und wenn ihr mich jetzt fragt, was würde ich eigentlich anders machen, würde ich heute nochmal neu starten, habe ich lange drüber nachgedacht und würde sagen, eigentlich nichts. Ich würde nicht mit zum teuren Mikro starten. Ich würde vielleicht nicht beginnen, wenn ich merke, ich habe viel Halle im Büro, dort weiter aufzunehmen, wie ich das am Anfang gemacht habe, weil ich das Echo unterschätzt habe. Aber ansonsten sage ich, eigentlich hoffe ich, dass alles so gut ist, wie es ist. Und damit ist auch diese Sonderfolge zu Ende. Also an alle, die sich mal dafür interessiert haben, so ein bisschen hinter die Kulissen der Davicon CFO Insights zu gucken. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen und vielleicht auch ermutigt, selber mal irgendeine Initiative zu starten in dem Bereich. Und wenn ihr selber mal ein Thema habt, dann könnt ihr mich gerne über LinkedIn oder info.davicon.de anschreiben. Und dann gucken wir mal, ob euer Thema so interessant ist, dass wir es mit in den Podcast nehmen und wir auch mal eine Folge machen. Darauf freue ich mich und vielen Dank. Und ab nächster Woche wieder mit einer ganz normalen, schönen, inhaltlichen Folge. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.